Ich überlege mir, wenn ich mir diese Aufrufe und so weiter durchlege, was treibt diese Leute an, warum wollen die da unbedingt nach Hamburg? Und es ist ja nicht so, dass es keine gerechtfertigte oder legitime Kritik an der Politik der einzelnen G20-Teilnehmer gäbe, aber diese ganzen Aufrufe, die Demonstrationen, die Aktionen, diese Protestcamps, die tun so, als käme es auf sie an, als könnten sie da tatsächlich irgendwas ändern, als würden sich die Gipfelteilnehmer, ob das jetzt Angela Merkel oder Erdogan oder Putin oder sonst wer ist, als würden die sich davon beeindrucken lassen, wenn da in Hamburg Demonstrationen sind. Da finde ich das auch immer ganz spannend, wenn dann über die Frage, wie viel Radikalität, wie viel Gewalt ist notwendig, diskutiert wird. Das ist eine unfassbar narzisstische Debatte, weil selbst wenn man die Stadt kurz und klein schlägt, selbst wenn alle Banken entglast werden, selbst wenn die Polizeiautos brennen und man auf Barrikaden steht und sich auf der richtigen Seite wehnt, wird sich die Politik dadurch nicht ändern. Die Leute werden sich nicht beeindruckt fühlen von Protest, ganz egal, wie radikal der ausfällt. Wenn man an Fukushima denkt, dann mögen diese Großdemonstrationen da mit einen Einfluss auf gesellschaftliche Stimmung und so weiter gehabt haben, aber wenn es nur Demonstrationen gegeben hätte, hätte das eben nichts gemacht. Das Problem bei den G20-Prozessen konkret ist ja, dass man ein ganz breites Potpourri an verschiedensten Themen hat, eine thematische Beliebigkeit, eine Wahllosigkeit, da geht es um alles und nichts, da geht es um ganz kleine, konkrete Themen und die ganz große Ablehnung von allem und dadurch verschwimmt dann auch alles und dann interessiert sich letztendlich auch keiner der Gipfelteilnehmer dafür. Also Trump wird nicht zurück nach Washington fliegen und sagen, oh in Hamburg, da haben 100.000 Leute gesagt, meine Politik ist falsch, jetzt werde ich alles überdenken. So funktioniert das halt dann doch nicht. Das ist auch alles sehr routiniert mittlerweile. Also es ist ein Gipfelprotest, also es findet ein Gipfel statt, also meldet man einen Protest an, also geht man da hin, also versucht man zu blockieren, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Das wirkt alles immer auf mich wie so ein ganz großer Hilfeschrei. Und dann geht es aber auch, glaube ich, sehr viel darum, dass man mit anderen in Kontakt kommt, zeigt, dass man da ist. Also es geht sehr viel um Gemeinschaft und wir, die vielen, sehen das alles so und so. Und dann gehört es auch in gewissen Kreisen zum guten Ton, dann da zu sein und sich nicht hinterher fragen zu lassen, wo warst du denn bei der Demo. Sehr erhellend fand ich einen Beitrag von der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion in Hamburg, die gesagt hat, selbst wenn wir hier demonstrieren und einige unserer Mitglieder werden das tun, für den konkreten Lohnabhängigen wird sich überhaupt gar nichts ändern. Und deshalb wäre das vielleicht ein Ansatz zu sagen, man konzentriert sich auf konkrete Kämpfe, wo man gegenüber Arbeitgebern mehr verlangt oder wo man konkret irgendwo was macht. Aber einfach nur zu sagen, wir sind hier und wir sehen alles grundsätzlich anders, das hat am Ende null Output, aber hat viel damit zu tun, dass man gerne auf der richtigen Seite steht, sich als die moralische Instanz darstellt, dass man sagt, alles anders, aber nichts passiert so. Und dann wird das, was wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen,